Das Gleiche, Freilaufen, Vororientierung, Gucken, das Gleiche. Aber jetzt ist es eine Verantwortung bei denjenigen, die den Ball haben, natürlich. Den Pass. Ich muss jetzt sorgen, dass der Ball da kommt. Wenn ich den Ball da spiele und dann eine super Auftragbewegung gemacht, dann sagt der Riedmann Dankeschön. Jo. Okay? Warte, warte. Ich stand nicht. So, okay. Da muss er sein, siehste. Aller Platz. Ja, laufen wir an, laufen wir an, den Gegner. Einfach, dass ihr euch spürt, den Gegner da ist. Ja, gut. Warte, einfach zurückspielen. Einfach, fangen wir zurück. Einfach vorne anfangen wieder. Nimm mit. So, der Gegner wird angelaufen. Abkappeln. Ja, okay. Geh neben ihm, neben ihm. Stopp, stopp, stopp. Stopp, stopp, stopp. Geh weg von ihm. Geh weg von ihm. So. Hier muss man sorgen, dass er das wird. Aber wenn ich das mache, hier, natürlich. Wenn es da um 60 Meter ist, sind die Räume hänger. Dann kann ich mal so stehen. Aber hier ist es echt schon so. Ich glaube, ich da hin. Dann gehst du da hin. Geh mit. Jetzt seht ihr jetzt den Baubuch komplett, dann geh ich da hier hin. Okay. Gut. Super. Gerade lassen. So, ja. Nimm mit nach vorne. Direkt nach vorne. So, ja. Abkappeln. Abkappeln zurück spielen. Ja. Das reicht ihr.